hallo schön freunde willkommen zu einer brandneuen folge von layers of beer 2 wir sind hier irgendwo in der scheune bei irgendeinem hund und wissen im moment noch nicht wo es hier für uns weitergeht wir kommen nicht zurück wir kommen hier nirgendwo hin oder aber einfach wir müssen die leiter hoch ich fasse es nicht okay so was ist das also hier in dieser scheune ist anscheinend irgendein hund das ist wahrscheinlich der transport und hier atmet doch irgendwer und er verfolgt uns wir kommen bei ihm kommen an ihm kommen wir nicht vorbei aber jetzt sind wir hier irgendwie sieht das so ein bisschen aus wie kriegssoldaten da sind die tiere drin oder es war zu erwarten ab hallo was ist denn da ist hier nichts dann mache ich die tür ganz schnell zu und ihr bleibt auch dahinten die stehen gleich bestimmt hier irgendwie oder das bleibt offen aber das wäre zugemacht das wäre zugemacht das ist ja doch schon wieder oder und wir sind schon wieder hier unten ich gehe mal zu ihm hin das ist es Was ist da? Wo? Hier hinten Ach so Aus der Welt, Mr. Hardy Nichts ist so, wie es scheint Was hat uns gebracht? Die Leiter hier Ich weiß es nicht Ich will zurück ins Schiff Muss ich da runter springen? Ist hier irgendein Weg? Hier oben kann ich nichts machen Langsam kommen wir an so einem Punkt an, wo ich gar nichts mehr verstehe Warte, ist ein Schalter, oder? Ne Ich kann hier aber auch nichts machen Das einzige was ich machen kann Ist den Schalter umzulegen Das habe ich gemacht Was ist das? Ab Und hier hoch kann ich Was ist das? Hallo? Das ist ein Brief Was? Seid ihr oben abgerissen, Mr. Hardy werde ohne seine... Begins nicht mitkommen Den schwarzen Wanderer Ich dachte vielleicht, man bekommt am Ende immer seinen Schatz Ich verstehe langsam gar nichts mehr Waren die wirklich hier, oder? Haben die einfach nur... Ich verstehe es nicht Es speichert wieder Hallo? Da ist hier unser... äh... Gemälde da... unser Bild Was ist das? Irgendwas verbrannt hier? Ne Was ist das? Ich will nicht noch weiter runter Was ist das? Jetzt schweben schon die Dinge hier Ich muss da natürlich lang Das ist... Ich muss da natürlich lang Das ist... was ist das? Was ist das? Ich muss da gehen wieder ich weiß nicht ob ich flüchten muss aber ich dachte da steht jemand macht man ich will doch nicht noch tiefer wie tief geht das schiff ich will nach oben ganz hoch will ich guckt euch das mal an hallo was ist denn das wann ist denn kapitel zwei mal vorbei ich muss gleich wieder rennen oder ein 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 wo lang wo lang was denn da jetzt los ach das ist eine tür ich bin im schiff das ist wieder der raum das sieht nicht so gesund aus moment war kannst du es so Warum ist denn abends ein Rasen? Kann das denn nicht mal vorbei sein? Soll ich eine Gelegenheit, das ist eine Verantwortung, bevor ich so lange gefangen war. Ich kann das Jaulen hören am Käfig mit voller Verlangen endlich auszubrechen. Warum geht die Tür schon wieder nicht auf? Ist das Ende, Akt 2, muss ich irgendwas finden, wieder so eine Filmrolle oder was das war? Ist das hier auch? hier ist da irgendwas muss man gucken ob da irgendwas ist da muss auch der schlüssel sein da oder ist das ein schlüssel Ich komme gerade nicht oder muss ich bei irgendeinem speziellen Bild. Hier ist doch diese Spur und die führt da vorne zu dem Bild. Da liegt nix, hier ist halt irgendwie der Kopf weg. Es ist noch nicht vorbei. Doch, Moment, so kommt es da hin, oder? Ey, hallo. Hallo. Wo sind wir denn hier? Nein. Muss ich wieder laufen? Bin ich jetzt in der Mülldeponie? Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. James Hardy. Ich habe hier einen Handeln. Oh, ich habe hier einen Handeln. Ich habe hier einen Handeln. Sie lebt noch... Trust your instinct. Instinct or reason. Instinct or reason. Trust your instinct. Tip the scale. Nehmen? Was soll ich denn nehmen? Was ist denn das? Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß nicht mal, was der Hund da hat. Trust your instinct. Tip the scale. Mach ich irgendwas falsch, oder? ...Balance. Ja. Lass die Instinkt dir dir beitragen. Vergebe, die Grund. Nicht vergesse, dass es das Leben, das es für mich gab. Das Leben, das ich nie gefunden habe, in ihrem Rahmen. Weck, weiblich, wertvoll. ich verstehe einfach gar nichts mehr kann es sein dass das das ist immer am ende von einem kapitel so eine entscheidung gibt das ist ja das gleiche wie da wo wir den anderen erschossen haben das heißt es ist vorbei 2 von was lässt sich viel fehlen wie die kreis die kreis die kreis Oh, du wirst es nie machen. Nein, das ist... die andere. Oder? Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Was ist denn los? Ich habe mich nur umgedreht. Warte. Was ist das? Das ist kalt. Es ist nicht gut. Wir werden niemals finden. James, schau mich an. Und es ist all meine Schuld. Ich sagte, schau mich an. Ich bin Kapitän Baines. Der Black Wanderer. Der Schlager des Cyclops. Der Schlager des Flames. Ich werde mich durch das. Du wirst mich nicht. Schau mich an. Wir werden ihn uns nehmen. Und damit das Kapitel beenden. Wir werden ihn uns nehmen. Ich habe Essen gefunden. Ein Fisch. Ich fasse es nicht. Also langsam wird mir das auch wirklich ein bisschen zu sehr nach Outlast. Langsam wird mir das zu sehr nach Outlast. Das kommt mir langsam echt vor wie Outlast. Wie ein Outlast 2. Das ist ein Outlast 3. Wirklich. Es sind so viele Andeutungen auf Outlast. Beziehungsweise so viele Mechaniken, die in Outlast verwenden wurden. Jetzt kommt auch noch irgend so ein Kettenmann. Den werden wir bestimmt auch noch treffen. Und zwar alles nur Fisch. 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 Noch mehr Fisch. dann ist denn das vorbei hallo ich stelle das diesmal nicht ganz an ich will nicht noch mehr und da versteht er dass niemand das ist in ihrem käfig hallo der kettenmann kommt gleich oder nicht sein ich bin ich verstehe ich verstehe hier wirklich gar nichts mehr spielen wir die geschichte nach der beiden kämpfens oder ich verstehe langsam gar nichts mehr ich dachte wir sollen irgendeinen film drehen so und geht an die tür nicht auf und 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 Ah! Ah! Da hängt ein Volldruck. Das Herz der Stadt. Es hat nichts mehr verletzt. Wir haben sie verletzt. Diese Welt, die wir uns haben, müssen wir ihn verletzen. Okay, jetzt, jetzt, jetzt! Weg, weg, weg! Also langsam fühlt sich das nicht mehr wie Leia. Oh, Pfeier an! Mach die Tür auf! Es ist, als ob ich nie wirklich hier gewesen wäre. Machen Sie mir bitte die Tür auf. Dann machen Sie ja eben selber. So. So, was machen Sie denn? Erinnere unseres Geschenk. Es ist nicht weit. Oh! This way! Hä? Ach so. Hallo! Äh! Da! Oh je! Oh je! Wir sind hier auf der Flucht! Flucht! Wenn du wir mal schliefst, was realm ist? Ja! Das ist wirklich das komplette Voraole-Tomlamour-Shift! Tritt ins Licht Nein Soll nicht der tödliche Witz sein? Ich tritt nicht ins Licht Aus Nein, nicht aus Au Ach wie vor Hallo Hallo Hä Au Das ist ja gar keine Tür Doch das ist eine Tür Ja, das ist zu Stich, 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 stich Okay, das Das ist komplett anders, als ich mir vorgestellt hab Geht nicht, ne? Was ist das? Ein kleines Bad nehmen Ein kleines Bad Baden in Eiswasser Eiskalt Was war das? Muss ich wieder woanders reinstecken? Jetzt Wasser Ah Du hast es gemacht, Herr Hardy Jetzt geh Moment Ist hier noch irgendwas? Ah Wolang? Nicht da lang, nicht da Ach, das ist das Bild da hinten Ich glaube, ich muss da lang Nein, muss ich nicht Geh nochmal zurück, geh nochmal zurück Äh, noch höher Ich muss gleich niesen, oder? Ah, sorry Hallo Tag Es kam lange kein Jumpscare mehr Obwohl das Wackkrab Es tut Was? Was? Ich geh direkt hier lang Die Hauptzentrale Mach alles kaputt Auch wenn es sehr wahrscheinlich nur ein Filmset ist Aber mach es kaputt Oh, da gibt es nur zwei Akte Ist das vielleicht schon das Ende? Nein, das kann nicht sein Akt 3 Bloody roots Jetzt geht's aufs Dach Komme ich dann nicht wieder zurück in meinen In meinen Raum? Ich will wieder zurück in meinen Raum Ach, dann, okay Ich komme los Ach so, ja Bin ich bescheuert Ich will zurück, bitte Dankeschön Und jetzt gehen wir mal wieder hier rein Was? Das geht noch nicht Erstmal wieder schön Bade Jetzt haben wir den Fisch hier Ich mag, dass sich dieser eine Raum immer wieder mehr verändert Wir gucken mal wieder hier rein Ach, das ist immer das gleiche Nein, das geht immer weiter Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das Ende ist Vor allem, wir haben ja jetzt noch einen kompletten Akt vor uns Ich weiß wirklich nicht, wie viele Akte es gibt 3, 4, 5, 6 Keine Ahnung Ach Aber Freunde, ich würde erstmal sagen Das war's dann Von dieser Folge, sie sind ein bisschen länger geworden Wir sind wieder da Übrigens, da vorne kommt Charakter raus Beim nächsten Mal gucken wir uns hier wieder ein bisschen um Schauen uns wieder die Diershow an Und Ja, schauen uns mal Akt 3 von Legends of 4.2 Seid gespannt Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Und ciao